Hallo zusammen, ich bin Mel, Kunststofftechnologe im 4. Lehrer bei Hofmann Neopack AG. Heute möchte ich dir meinen Berufsalltag mal ein bisschen näher bringen. Kommt doch mal mit! Als Kunststofftechnologe in Hofmann Neopack AG ist kein Tag wieder anderer. Jeden Tag fassest du andere Aufgaben und das gefällt mir sehr. Als Erz nehme ich die Auftragsdokumente entgegen und anschliessend stelle ich die entsprechenden Rohmaterialien zusammen und du sie nach Rezept einwege. Im späteren Schritt wird das Ganze in einem Taumelmischer gut vermischt. Dann wird das Ganze auf der Granulieranlage zu verarbeitbarem Granular verarbeitet. Wenn du Interesse an mechanischen Prozessen hast und auch die Chemie sehr interessant findest, ist das sicher ein sehr cooler Job für dich. Die Spannende am Beruf Kunststofftechnologe ist, dass man auch mal sieht, wie das Material überhaupt entsteht. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag von einem Kunststofftechnologe bei Hofmann Neopack AG erhalten. Falls ich dein Interesse wecken konnte, bewebe ich doch heute noch für eine Lehrstelle. Aber auch für die �hлушай! Musik 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 Musik